Ich erkenne meine Knecht, hier ist jülich! Jülich! Da kommt Gott weg! Eine wunderschöne Session, ab heute geht es los, wir haben zwei Tage länger zum Feiern. Guten Morgen, schön, dass ihr zu der Kühnstunde schon in der Vielzahl hier erschienen seid. Ich freue mich, im Namen der befreundeten Vereine hier offiziell jetzt den Jülicher Karneval einzuläufen zur Session 2019-2020. So, ihr merkt, ich bin noch sehr steif unterwegs, das hat mehrere Gründe. Einen kann ich euch verraten, es ist was trocken hier. Und deswegen starten wir, wie es sich gehört, hier mit der kleinen Bierspende der Stadt Jülich. Die Bierspende ist größer als das, aber das lässt dich leichter anschlagen auf der Bühne. Fünf, vier, drei, zwei, eins, go! Jetzt zeigt er mal, wo wir die Treppe zurückgehen. Jetzt stellen wir hier in diesem Jahr in der Session viele eingetretene Fahne verlassen müssen. Wir werden uns durch Dickicht schlagen müssen und gucken, wo kommen wir aus. Aber ich denke, wenn wir das gemeinsam angehen, dann werden wir da auch wieder unterm Strich eine tolle Session haben. Und wir freuen uns drauf, denn wir lassen uns mal überraschen, was da alles so auf uns zukommt. Dinge, die wir vielleicht noch gar nicht so im Äther haben, aber unterm Strich, es hätten noch immer Jüte gehabt. Und damit starten wir in die Session. Begründungsmitglieder waren es vor elf Jahren. Heute sind wir 115 Mitglieder, bestellen seit letztem Jahr einen fantastischen Karnevalswagen. Wir haben eine Kante, da hat sie uns geprägt. Darum freut sich doch, Junge und alt, doch so manche Jäck. Die Ader handelt für ihr Bad schon vor hundert Jahr. Darum freut sich der Hätt mit ihr mal in diese neue Jahr. Ob die Däck, will der ihr Präck. Hol die Ader hat beflüscht, dann ist ein Spaß. Hol die Ader, stimmt ein Jäger mit uns ein. Lazarus, er lebe wohl. Was ist Lazarus mit zur Welt gebracht? Der 9.11. geht wieder los. Die neue Session wird vermust. Der Arne Lazarus, dann flieh ich hoch und die neue Reihe stehen im Leben hoch. Eins, zwei, drei. Dich, drei. Der Kyndrom! Er ist in der März, die andere Zugang. Johannes! igneich! Herz, riechen! Hier können wir uns auch beinhalten. Die Schönheit unser Freude anbauen und die Kinder, die andere, 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 die andere anbauen. Und zwar mit unseren kleinsten, unseren Minis, die freuen sich jetzt schon riesig, euch endlich ihren neuen Tanz präsentieren zu können. So, hier zieh und sieh, hier zieh und sieh, hier zieh und sieh, hier zieh und sieh. Bekka Jatzen. Vielen Dank.